Die folgende Video ist Rated P Die drei Monumente bringen jeweils... Nee, hab ich noch nicht Die drei Elemente, äh, Relikte, bla bla bla, Elemente Alle hier hin, oder? Bring drei Punkte, nein, ich geh nach unten Äh, der Typ in der Mitte bringt fünf Punkte, wenn du... Dadurch steigst du auf, also dann bist du groß Wenn du dann nochmal den Großen tötest, der dann rumläuft hier Dann bringt das auch fünf Punkte, Töten eines Champions zwei Punkte Leute, es ist los! Außer der Boos ist in deinem Team, mit vier teleportierst du dich raus Ja, äh, ist okay So, mit dieser wunderbaren Erklärung vom Raining Jetzt klappt das hier doch nicht Wie kann ich... Du drückst hier und kriegst auf eine dieser grünen Plattformen Ach so, auf die grünen Plattformen muss ich drücken Ja, das muss man mal einer sagen, ja, viel Spaß Hat der fuck noch nie gespielt hier die eigene und das Kasten yo da standen so plötzlich an und dann wird es direkt zum schauen zu einem neuen Spielmodus bei noel ich hab ihn nie Ascension oh alle Leute und wechseln äh wie wär's wenn du jetzt nicht sofort in die Gegner rein rennt zu stehst dass das was das uncool ist, weil die jetzt sofort wieder die Chance gleich haben Und sie haben jetzt 5 Punkte dadurch bekommen, dass du tot bist. Was sind denn das für Dinger hier? Musst du einsammeln, damit vier Punkte kriegen. Ja, ok, krieg ich auch irgendwo wieder Mana her oder so? Äh, von den Leben. Von welchen Leben? Hier sind. So einfach rankommen, ey. Na, 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 na. Ich bin mit meiner Powerball. Jo, der ist wieder da übrigens. Ooooooh, ok. Das waren viele. Das waren echt ein paar viele. Haben wir eigentlich viel AD gegen uns? Eins, zwei, drei, vier, cool. Man kann sich als Null-Dev hier rausporten. Ja. Ok. Super lustig. Ok, also hier gibt's keine Minions, oder? Oh, wie egal. Gibt es nicht. Wollen wir den dann mal hier killen, oder was? Kein Problem mit. Guck mal, hier ist Warhuis. Ja, warte, ich komme gleich zu. Oh, fack, 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 fack. Ok, dann wird mal Powerball. Also den hier müssen wir töten, dann werden wir so komisch groß, ne? Ist richtig. Dann werden wir groß. Dann wirst du richtig stark, kannst dich auch durchlesen. Aber wir wollen versuchen, dass die Gegner den nicht kriegen, weil dann kriegen wir noch ein anderes Icon. Dann kriegen wir nämlich ein cooles Icon. Ja gut, dann deffen wir den. Das einzige Icon, das wirklich zählt. Also ich hab's eben schon mal verhindert, weil ich ihn gestielt habe. Oh, das ist mich richtig mies, wie das ist eine Ulti-Zimmer. Ah, Leute. Ok, dann muss mal Powerball. Boah, boah. Also ich hab' wo. Teilweise gerade irgendwie, glaub ich, wir kennen mal einer der Flur. Ja, Leute, da müsst ihr auch helfen. Oh mein Gott. Carsten, machen wir den. Da hört man. Wollen wir den jetzt, Carsten? Ich muss gerade echt mal sagen, dass ich auf den Modus-Card-Fahrt nicht klarkomme. Na, nach ner Zeit hat man sich angeschaut. Rainy, mach doch coolen Roll. Mach ich doch gerade. Hilfe, los, los, los. Buh! Nein! Nein! Ich dachte, du wirst den noch bekommen, weil du... Ja, dachte ich auch. Geil weg, ne? Dachte ich auch. I came here with my Powerball. But now I ran into a wall. Armin! Stehen bleiben, bitchy. Stehen bleiben, bitchy, hab ich gesagt. Ich verfolge dich! Er darf nicht das Leben kriegen. Ich brauch das. Ich brauch Mana. Du brauchst doch gar keinen Mana. Hier ist irgendwo einer. Hier ist Jesu. Ich hab keinen Mana. Ich brauch das. Wir müssen mal mehr einnehmen hier, das kann ich ansehen. Leute, hier, wir sind hier gefangen, Leute. Ja, in Ordnung, aber wir müssen mehr einnehmen. Wir nehmen das oben mal. Ja, guck mal auf unsere Punkte. Wir haben 27, die 45. Mehr einnehmen. Hab ich doch gemacht. Oh, schade. Oh, schade. Ja, gut. Upsi. Ähm. Ja. Ähm. Okay, dann haben wir eine böse Merk. Das muss man ein bisschen lauter sprechen. Ja, ich hab mich grad ein bisschen leiser gestellt bei meiner Mutter hier. Weiß ich nicht. Rainy. Rainy. Wenn die mal hier herkommen. Wenn die mal hier herkommen. Was los? Da ist ein Jazu. Oh, doch. Oh, ich nehm lieber Rainy. Hallo, Rainy. Ja, was soll ich denn da machen? Du sollst doch noch reinlaufen, oder was? Ja, nee, eigentlich nicht. Ja, geboten, wir kommen keiner zu weg. Ja, ich weiß so. Rainy, wo bist du? Äh, ich hol mir grad Leben. Ich hab's so wenig. Ja, Tittimo, was sollte man machen? Das. Ja, ich weiß. Nein, ich weiß. wenn das dank die eis ja ihr macht also das ziel ist es 200 punkte zu erreichen richtig wenn die anderen das schaffen hast du verloren ja ich wollte mir erst mal drauf das ist ganz geil wenn man lux im team hat mit der ulti um zu stehlen ach das auch gay der spielmodus ich will auch die eigens haben dann höre ich auf dem modus ja auch warum sieht er mich bei den angegriffen hast ja durch auswärtig muss ja auch was ist denn er gleich habe ich nicht gleich ein magisches projektil guckt euch das an kinder ok man wird mal vork hast du wirst du und komm mal rauf machen wir jetzt waschen wie die das möchtest du haben die eine sendet wir haben sie du vielleicht siehst ok was auch immer das bringt die hier jetzt das bringt wahrscheinlich sogar die punkte ok weg ist nein ich hoffe dieses spielmodus gar nicht klar wieso nicht ja man muss also auf der es hätte das gleich wieder ab ja wir haben auch wieder so einen komischen random bock dabei das wäre alles her ja gelaufen oder hallo jetzt nicht so doof bin ich nämlich garsten fängt schon wieder an punkte ich habe euch wieder und die abgabe ich habe bis 78 später mit akali nimmst du nicht ein so okay wollen wir oder was ich bin jetzt gerade mal tief ja aber da ist gerade jemand wechseln wie lange habe ich das denn jetzt sie die sinnlichen ist gut zu wissen bis ich tot bin für das dauert nicht lange ja jetzt noch wo ich komme jetzt mal noch von euch hierher ja ich kann doch ja wissen im fünferpack rumlaufen oder im vierer bedestens gegen den da habe ich ihn im fluggeräu ja fabia du hast du bist warte 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 ja ja ich ja ich ja ich bei denen ich so graziger noch nicht noch mal als bei kreuzmann war vor Ort für der Partie noch was das Spiel uns voll geil ja jetzt kommt er auch klar ich rieche den Sarkasmus um ein Gott später was war diese neuen LL-Modier ja wieso bin ich mehr gespust weiter wir auch wieder auf den Vorhaben Karte gekriegt und gut als heilig Mama kann jetzt auch nicht mehr helfen doch auch was man auch spieler für mich weiter Stattung der Städtel Prozesse meine Mutter spieler L was ja also das glaube ich nicht dass die aber spielte wirklich ja wirklich ja ich bin schon wieder jetzt über den starten strahlen strahlein machen ja alter ist klar das fiese an fitz der kann ja immer noch wegspunnen ja ich bin schon ein grünen ding da 51 prozent hier kommt euer niedling schamos ja so viel kann man gar nicht haben wir sind ja machst nichts ich bau jetzt mal ein bisschen anders aber da ist ein knappes spiel muss man geht noch um ich finde ich bin modus ein bisschen merkwürdig muss ich sagen ja wir wollen ihn machen leute die ganzen kids lassen der krieg 2 er nimmt euch mal die dinge ein mit akali räum ich auf brandy ich komme dass wir den kill ja danke ich mach den eh fertig ich krieg aber zwei punkte führung ich weiß aber jetzt mal ehrlich wir haben sich überholen weitermachen so um hier oben sind wir haben schön zusammen bleiben doch dann habe ich eigentlich immer respekt und angst aber irgendwie ist dieser loktorn so schlecht ich nehme hier noch mal kurz ein ja ja ne ich bin down hier ist zwar zu viel burst gerade ich bin aufm weg oh rainy räumt richtig auf ja ja aber sonst ist rainy nicht so aus der führt seinen regentanzer auf und die geht nach unten auf den boden wird platz ich mach euch nass kommt immer der komische pilot trickstor wird platz ich mach euch nass bitches hat hat ich habe ich nicht mitgerechnet dass wir plötzlich alle rauskommen die ich habe mich doppelt bei rainy doch keine ahnung natsse rain ich weiß wie du mich nicht mehr doppelt hören kannst au fuck du gott äh 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 69 Prozent Spellweb Alter was erwartest du ich weiß ja nicht 69 Prozent Spellweb alles gut ja Leute hier nein ich habe zu wenig leben lassen lass 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 ich kann euch nicht helfen weil es sind drei Gegner weg die den wir haben mich schon am Anfang bekommen oder so schlechter scherz ne ich hab dir sogar gestand und er hat ihn gekriegt oh gott 510 ad hat der k6 ja ist noch mal scheiß drauf kann er ganz bei mir machen aber ich habe hier leider was was in den schaden macht wabi 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 das ist ja ja da ist lol nice lol 3 ich hab mit dem wir die neben doch die war weg gemacht ich bin auch fucking pro player aber ich hab dem k6 hart nebengezugen wir müssen die jetzt kriegen sozusagen wir holen die uns nochmal bleibt zusammen Leute uuuu ha 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 Leute Putin seid zu zweit ihr seid nach oben zu zweit ja warte so jetzt kommt hier die op akali lol ok wenigstens hatte ich was gemacht oh nice virtual ich würde mich mal noch unten natürlich kannst du da einfach er muss man auch mal sagen doch nicht er macht so viel damage der war weg es geht nicht klar es geht gar nicht klar der macht so viel damage ok Leute wir müssen das schaffen Randy bitte jetzt nicht so aggressive die darf schließlich nicht mehr kills geben weißt waaa er ist gestern ach scheiße ich bin gestern mach ich doch mach ich doch gut wodurch hat der mich nun bekommen der macht sich selber david zu w understandable aber sattet able ich die edit und die 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 gibt es die Lieblingsdienste jaja ihr Huren Fabi ist der Beste im Stil jaaa fickt euch wuuuuuuu kommt für dich ich mich sogar du kleine bitch äh guck mal da ist noch eine wuuuuuuu was für den Farben wir wollen nur ein paar Punkte Fabi töten oder was du am besten kannst fickt dich du Hure ohhh alles klar Radio ist noch in Kill ich will ja es geht durch mich zu Ende es geht durch mich zu Ende los DJ ja ok der Modus ist gar nicht so scheiße wie man denkt aber ist gewöhnungsbedürftig richtig wo kommt jetzt sind wir alle voll groß und cool gewöhnungsbedürftig wir sind jetzt alle aufgestiegen ja wohl nice Leute ich frage mir das über mich spielt der Kürst hat gebockt padau bis zum nächsten Mal haut rein tschüss